jetzt geht der riese doch gleich wach er das teil dankeschön hoffe der riesige geht nicht aufwachen nein wie kommen wir denn auf die idee jo aua aua give me a hand we have to cut it down before he climbs down wir müssen es abschneiden bevor er runterklettert füffel sind wir wieder hier eingehender anruf ablehnen das kerlchen das wird nichts ich komme schatz warte nur genau so dieser schucke hat mir das baby entrissen und nun hat er hat er die nerven mich anzurufen um mir zu sagen ich solle mich fernhalten ich spreche nicht gut auf drogen an und ich habe nicht die absicht ihm das baby zu überlassen ich auch nicht so medaillon stoppen wir da rein so jetzt gucken wir mal eben hier karte nach naja da ist die tür erledigt erledigt alles erledigt wunderbar aber auch schon länger nichts mehr das macht nichts die rosen gucken wir nach 1 2 3 4 5 6 7 fehlen uns noch kriegen wir auch noch aber jetzt gehen wir erstmal hier durch und go zack 1 2 und 3 3 mal auf die schotte so restaurierungszimmer gut dann gehen wir mal hinein aber ich bin so neugierig wie es weiter geht was erstmal gucken wir nach der rose ne weil im rest ich habe die rose schon gesehen restaurierungszimmer jawohl da oben äh da das fläschchen nehmen wir auch mal mit haben wir hier da haben wir noch was nehmen wir alles mit was wir mitnehmen können nehmen wir mit das nehmen wir aber wie viele flaschen auch 10 flaschen brauchen wir ach ist das jetzt hier gerade in so einem spiel naja da kommen bestimmt noch welche ok nur hier oben nochmal gucken das ist auch noch eine ne die ja eigentlich auch glöckchen ich kenne die richtige kombination nicht ok müssen wir wieder in der richtigen reihenfolge bimmeln kommen wir hier da müssen die flaschen hin ich kann hier kann ich ein buch wieder herstellen ok ok schmeißen wir mal an ok da müssen wir gleich was herstellen was haben wir hier so pierre ist zu hause angekommen er hielt an dem rest an dem rest an menschlichkeit fest die ihm noch geblieben war ach gott der arme puh da einmal doch der arme kerl wo haben wir jetzt das zweite stück ne wie noch hier so nein nicht rausgehen äh nö was ist denn mhm da die einst frische rose hatte nur noch ein blütenblatt die einst frische rose hatte nur noch ein blütenblatt gott die dinger werden immer chaotischer ja gut Glück gehabt die kundin die kundin die kundin zu können er konnte der wo die ihn über kam kaum einheit gebieten ok ein blitz b um zumal bin ich jetzt mit blindheit geschlagen ich sehe nicht einen blitz ja ok ähm hallo nö 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 äh wo ist denn der ja ich glaube ich sollte äh seine nase ist auch kein blitz ach mal wo ist denn der wo äh leute hand mit letzter kraft kraft reichte er das letzte blütenblatt seiner schlafenden frau und weckte sie endlich auf der kurs eng auf pierre's mind er war noch nicht mehr ein Mann der fluch verschlang pierres seele er war kein mensch mehr och menno Arme. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Äh, was ist das? Ein Bücherwurm? Erstmal da. In den Büchern noch ein Würmchen? Nein, scheinbar nicht. Äh. Äh. Sag mal, ist das die Zeichnung von unserer Hütte? Äh, von unserer Wohnung? Ganz am Anfang? Sieht fast so aus, ne? Ne, da müssen wir noch nicht dran. Und da auch nicht. Wo ist denn der zweite Wurm? Wurm, 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 wurm. Da. Er war nur noch ein vom Wahnsinn getriebenes Biest. Äh. Pariert, da? Ähm. Da. Als seine Frau ihn sah, erkannte sie ihn nicht. Sie zitterte. Und am Arm. Ziellos tauchte sie in eine seltsame neue Welt ein. Äh, sind wir das? Ob hier als Frau in einem Buch verschwunden ist? So wie Maria und Calavan? Ey, das war doch unser Zimmer. Das sah doch verdammt aus, als ob das unser Zimmer gewesen wäre. Äh, jetzt haben wir eine Lupe. Was haben wir hier? Ach, ha je. Die Leitungen fehlen. Ja, schön. Ähm. Uns fehlen noch zwei Flaschen. Und das Ding haben wir immer noch. Da ist die Rose. Ich brauche etwas, womit ich die Kerze anzünden kann. Ey. Ähm. Ähm. Ne, das ist noch kein Spiel, ne? Die Geschichte geht weiter und Pierre bringt seiner Liebsten die Rose. Wie versprochen, weckt die Kraft der Rose seine Frau zum Leben. Doch der Fluch sucht Pierre heim. Er verfällt dem Wahnsinn und seine menschlichen Züge verschwinden. Seine Frau flieht verängstigt und fassungslos durch ein Portal, um sich vor dem Mann zu verstecken, den sie einst geliebt hat. Ach, ich habe die Arge bef... Ich glaube, ich weiß, was kommen wird. Äh, haben wir? Ich weiß nicht, welches Buch ich nehmen sollte. Ich auch nicht. Warte mal. Ähm. So, mal. Das. Und das. Ja, gut, dann müssen wir... Was ist das? Die Zeit wird knapp. Du musst sie retten. Er ist schnell. Er ist schnell, aber du auch. Okay. Äh. Letris Kell? Sonst noch was? Oh. Ja. Okay. Ähm. Ziehen wir mal ein Ding. Da fehlen immer noch Flaschen. Aha. Eine noch. Was ist das? Ein Zauberstab? Harry Potters Brille. Die Pfeife ist gut erhalten, aber leer. Haben wir keinen Tabak? Nö. Was haben wir hier? Muss die Bienen loswerden? Ja, ist klar. Äh. Äh. Uns fehlt noch... Eine Flasche. Äh. Haben wir drüben noch eine vergessen? Äh. Irgendwo muss ja noch ein Fläschchen sein, hä? Hier noch eins. Hier ist auch keins. Habe ich im Schrank eins vergessen? Kenne nicht die Kombination. Ping, 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 ping. Nee. Ist da noch irgendwo eine Flasche? Äh. Wie? Kabel fehlen. Pin fehlt. Naja. Hm. Ansonsten. Haben wir hier alles. Jetzt fehlt noch eine Flasche. Äh. Weiß auch nicht, wo ich die zehn Stück hinstellen muss. Bestimmt hier. Okay. Das wird nicht funktionieren. Ein Becher fehlt. Ich kann ein Buch wiederherstellen. Kommen wir hier. So eine Art. Halt. Ach, da kommen die Flaschen rein. Aha. Hey. Ähm. Oh. Was? Da war die Triskel? Ist ein Knopf oder was? Ich hätte ja jetzt hier nach dem Ausschlussverfahren... Ähm. Aber scheint ja nicht so zu sein. Das ist nicht das Buch, was ich suche. Aber so ähnlich. Weil hier eine Triskel ist hier nicht drauf. Außerdem, da sehe ich das nicht. Ja, das muss ich bestimmt wieder zusammenbauen, ne? Ja. Ähm. 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 Was ist das Ding anmachen? Im Stock. Kann ja auch mal mit dem... Da drin rum... Pfeife. Ja, aber sonst ist doch jetzt hier eine Lupe. Nee. Da an die Tür mit der Lupe? Löwenkuss. Gökuss. Kopf muss zu dieser Tür sein. Schlüssel zu dieser Tür sein. Ja, aber das funktioniert nicht. Puh? Da habe ich eine Lupe. Puh? Hier nochmal was? Nö. Huch. Hier ist doch auch nichts mehr, verdammt. Was ist denn nur noch hier? Muss die Lupe hier irgendwo hin? Hä? Da geht nix. Fehlt eine Flasche und... Okay, zeig mir. Er sagt, ich soll hier rangehen. Ja, aber mir fehlt doch noch eine Flasche, Kinas. Den Stock. Ja, logisch. Feuer drunter. Oh je. So, gib mir mal... Na, du sollst da hingehen. Geh mir mal nach... Danke schön. Jetzt nimmst du den brennenden Stock. Danke. Danke. Ach, du Heiliger. Äh... Ja, und du? Ach, du... Nee, nee, nee. Okay. Eins. Quadrat. Kreis. Quadrat. Das Ding. Äh. Okay. Der hat die letzte Flasche. Dankeschön. Der hat ein Stromteil auch noch dabei. Hat er die Knöpfe ja gesehen. Nein. So. Ähm. Jetzt hier zur Pfeife. Äh. Ich hab keinen Tabak. Okay. Ja. Jetzt kommen wir hier dran. Ach ja. So, jetzt haben wir hier zehn Flaschen. Nunu. Das sind alles Chemikalien. Ich sollte sie später verwenden. Könnte man Rezepte ablegen? Ich habe kein Rezept. Okay, und ein Ding fehlt auch noch. So warst du? Äh. Okay. Krieg Licht. Ach, du Heiliger. Okay. Brauchen wir den Rasierklingen. Wellen. Da ist eine. Und da ist noch eine. Dann haben wir die schon. Lampen. Ja. Scheren. Da ist einer. Da ist eine Rasierklinge. Da ist ein Stern. Und da ist ein Stern. Nee, Puzzleteile brauchen wir nicht, ne? Nee. Ja, brauchen wir Musikinstrumente oder Flöten? Ähm. Büchlein. Noch eine Rasierklinge. Da ist ein Rasiermesser. Da ist eine. Pfeife. Da. Und mir fehlt eine Schere noch. Ich habe ein Haar vor der Nase hängen. Das wird die ganze Zeit kitzelt und ich finde es nicht. Mh. Eine Schere. Schere, 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 Schere. Hallo. Schere. Nein, das war keine Schere. Da ist noch ein Puzzleteil. Ich habe jetzt schon vier Stück. Da ist die Schere. Dankeschön. Einen Becher. Becher. Okay, da ist ein Messbecher. Der uns fehlte. Danke sehr. Gehen wir jetzt da rein. Stellen wir den da hin. Was? Ach, herrje. Äh. Vier. Einmal da. Drei. Äh. Äh. Vier Bauchflaschen oder was? Nee. Okay. Aber. Ich habe nichts um. Ach du. Nee. Hier geht es jetzt aber gerade noch nicht weiter. Oder? Ich brauche keinen Tabak. Brauchen wir nochmal. Tch, 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 tch. Ja, aber. Räuchere ich das Ding jetzt so aus? Ja, nicht. Das funktioniert nicht. Räuchere ich auch nicht. Ich habe keinen Tabak, nix. Also, dass ich das brennen lassen kann. Der Lupe? Nö. Brenne ich die Bücher ab? Datenschere, ja, schön. Ich hänge ja schon wieder. Das gibt es doch jetzt nicht. Das ist ja nicht wahr. Hallo. So, jetzt hier nochmal gucken. Ein Viertel, ein Drittel, ein Halb. Ja, ich habe ja hier noch Teile. Rezept. Das sind die Chemikalien, die gekocht werden müssen. Na gut. Vier Teile davon, ein Teil davon, drei Teile da. Ja, ist okay. Ach, komm jetzt, ey. Jetzt kriege ich aber gleich hier den Rappel. Wenn er mir jetzt die Minen sagt, ne? Dann weiß ich auch nicht mehr. Zeig mal. Nee, die Bücher. Aber was soll... Ich verstehe es gerade nicht. Das ist nicht da. Das gibt es auch nicht nochmal, das Zeichen. Das sieht ja schon fast aus wie die Triskel. Bisschen drehen und dann... Ja, zeig mal, was du von mir willst. Hä? Was ist denn da? Hä? Oh. Pff. Jetzt bin beleidigt. Ich sehe sie, aber... Das geht... Mh. Ach, dankeschön. Gib das Buch her. Das ist es. Dieser Art Schloss kommt mir bekannt vor, aber ich kann die Kombination nicht erkennen, weil die Seite beschädigt ist. So, jetzt nimm die Lupe. Okay. Das Buch müssen wir jetzt fertig machen. Oh, Gott, nee. Ja. So, na. So, jetzt legen wir das Buch mal dahin. Und müssen dann... Hm, Wasserschaden. Ich muss es wieder herstellen, um es lesen zu können. So. Äh. Warte doch. Äh. So, da kann ich gucken. Kann ich dann... Das sind alles Chemikalien, die ich schadet, sollte sie später verwenden. Wasserschaden. Lupe. Abbrennen. Trocknen. Ähm. Ausschneiden. Und das Ding weiß ich auch noch nicht. Ich kann jetzt hier auch immer noch nichts nehmen. Da kann ich... Rezept abgelegt werden. Hier sind zehn Löcher, aber nur einige von ihnen sind gekennzeichnet. Ja. Und... Eins. Wieso kann ich... So, weil das raus ist? Ähm. So. Ich glaube, ich nehme schon zu viel am Stück auf. Ich raff's nicht mehr. Daher sage ich dann einfach jetzt mal Tschüss für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Abend. Nachmittag. Was auch immer. Hauptsache ihr habt eine schöne Nacht. Schlaft gut. Eure Pega. Tschüss. 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 Vielen Dank.